Moin, in diesem Video möchte ich Ihnen kurz einige Neuigkeiten zur Online-Pinnwand SH zeigen. Das Dashboard gab es auch bisher schon, wurde aber überarbeitet. Sie finden es im Administrationsmenü unter dem Punkt Meine Oberflächen. Im Dashboard werden Ihnen alle Ihre Pinnwände in einer Übersicht angezeigt. Diese Übersicht bietet nun mehr Möglichkeiten als bislang. Zunächst einmal wurde die Darstellung verbessert. So werden zum Beispiel die Hintergrundbilder oder Farben der Pinnwände hier angezeigt. Das hilft bei der Orientierung. Sie können Ihre Pinnwände aus dem Dashboard heraus aufrufen oder nun auch neue Pinnwände direkt von hier erstellen. Zudem können Sie die angezeigten Pinnwände filtern oder sortieren. Möchten Sie eine Pinnwand für sich selbst oder für andere Lehrkräfte kopieren, finden Sie hierzu nun einen erweiterten Menüpunkt im Administrationsmenü. Über Kopieren für mich legen Sie eine Kopie der Pinnwand an, die Sie dann selbst weiterverwenden können. Über Kopieren für andere können Sie eine Kopie erstellen, die von anderen Lehrkräften in deren eigenes Dashboard übernommen werden kann. Geben Sie dazu den Link weiter, der Ihnen angezeigt wird. Beim Erstellen neuer Einträge auf einer Pinnwand können die wichtigsten Angaben nun in einem einzigen Schritt gemacht werden. Überschrift und Eintragstext lassen sich direkt eingeben und auch ein Dateianhang lässt sich bei Bedarf hinzufügen. Informationen zu Neuerungen in der Online-Pinnwand SH finden Sie auch immer auf der Homepage der Medienberatung des IQSH.